So, da sind wir wieder beim nächsten Part vom Donkey Kong Country Race zwischen Final und Wulff. Okay, 3, 2, 1, weiter. Im ersten Part ist so viel Scheiße passiert, ich bin so weit hinten. Mir auch. Oh, es geht. Es geht, sagt, ja. Ich bin mit der Erwartung, ich hatte einen perfekten Plan für dieses Race. Die ersten beiden Welten aufbauen, Vorsprung aufbauen und dann in den späteren Leveln richtig verkacken. So war mein Plan. Im Endeffekt ist es jetzt komplett anders. Dein Plan war es zu verkacken? Später? Nein, weil ich weiß, dass ich später verkacke, deswegen wollte ich erst Vorsprung aufbauen. Achso. Also, sprich, weil du mich später dann einholen oder besser gesagt überholen könntest. Deswegen wollte ich mich darauf vorbereiten. Den Vorsprung aufbauen. Den Vorsprung? Alter! Scheiße. Wiesig. Ja, war klar, warum versuche ich das überhaupt? Donkey Kong kann das gar nicht. Mit die, der jetzt geschafft hat. Man macht so viele blöde Fehler. Das ist... Weiß ich nicht. Nur am raschen hier. Ja, ich sollte ein paar Gänge runterschalten. Und ich spiele echt schlecht. Und da es einer sieht, der denkt sich niemals so Junge. Der hat Donkey Kong Country No Death gepackt. Ja, ähm... Ich kann es vergessen. Mach nichts. Komm weiter hier. Was ist denn was für ein Scheiß? Du hast gewonnen. Ja, noch nicht. Ich bin so weit hinten. Ich hole dich nie mehr wieder ein. Hier sterbe ich bestimmt in dem Level hier. Ist schon wieder ein Level weiter? Okay, ich kann es knicken. So was von. Hoch da, du... Hier muss ich mich konzentrieren. Ganz langsam spielen. Ganz langsam spielen, das hast du nicht gesagt. Oh, weg mit dem Fass. Scheiße, jetzt. Muss ich hier auf diesen Geier warten. Bist du schon in der Eiswelt? Nee, in der Eiswelt noch nicht. Das wär's ja. Er ist schon auf dem Schiff. Er ist schon in Donkey Kong Country 2. Da in der Eiswelt. Ja. Er ist schon bei Teil 3 beim Schneemann. Ich will da nicht rein. Hallo. Scheiße, Biene da. Ja. Du, du Putzpie. Toll, wenn das nicht funktioniert. Eigentlich sollte es klappen. Es hat bisher immer geklappt. Jetzt kommt wieder ein... Ja gut, das geht eigentlich, das Level. Man, ich mach so viele dumme Scheiße. Oh, frag mich mal. Ich bin schlechter als du. Was soll ich mit dem Fass sehen? Nein, ich geb zu, das war nicht das erste Race, wo ich hinten lag. Ja, wer weiß, was Final noch droppt. Da müsste aber ganz schön viel droppen. WTF, der hat mich noch getroffen, hier, diese Trottel. WTF, hier. What the force. Das ist ein Scheiß-Fang. Schnelles Abbrechen, so. Oh nein, wieder so ein... ...lames Level, was mich... ...nur langsam vorankommen lässt. No! Wieso müssen die sich automatisch bewegen, diese Scheiß-Lianen? Bist du schon da? Oh, ich kann das nicht vergessen. Ich bin noch sonst wo. Bist du im Scheiß-Fang. Wollt da nicht rein? Oh nein, ich hätte ja weiter... So, hier brauchen wir nur einmal nach unten. Ich glaube, wenn die Leute das sehen, hätten sie sich das Race spannender vorgestellt. Das ist spannend. Nee, wir beide fehlen doch nur. Ja, gut. Aber... ...wir sind nicht so weit entfernt, glaube ich, oder? Ja, du holst immer wieder auf. Ja, aber nur aufzuhöhlen, das bringt mir eigentlich gar nichts. Was ist los? Na, was springt denn noch extra drauf? Wie gesagt, ich habe es schon von Anfang erwähnt. Meine einzige Hoffnung besteht darin, dass du irgendeinen riesen Bockmist baust. Das werde ich garantiert noch machen, den glaube ich. Was Problem ist, ich bin die Rechnung so angegangen, dass ich im Gegensatz keinen Bockmiss baue. Und das, was ich jetzt schon am Anfang gemacht habe, war einfach so schlecht. Am Anfang hat mich das ganze Race gekostet. Na gut, man kann nicht alles gewinnen, aber trotzdem. Na ja, wer weiß, was noch passiert hier. Wenn man bedenkt, bisher steht 6 zu 0 für mich. Fast schon wie die Streak vom Undertaker. Komm! Ich drück doch hier! Jetzt wird es, glaube ich, ein 6 zu 1. Ich werde nicht irgendwie 21 zu 0 schaffen. Dann musst du aber erst mal so viele Leute haben, die einen Race mit dir machen. Wenn ich hier jetzt einen Fehler mache, dann könnte ich mir in den Arsch beißen. In den Boppels. Genau. Das Problem ist, ich versuche irgendwelche Techniken, aber die gelingen bei mir nicht. Ich habe den Sprungknopf gedrückt! Meine Güte, warum funktioniert das nicht? Gerade jetzt beim Race ist die Steuerung gegangen. Ich habe mir extra ein paar Speedruns zum Spiel angeguckt. Und irgendwie funktioniert das bei den Speedrunern die ganze Zeit. Aber hier bei mir hinten nicht. Dadurch habe ich schon ein paar blöde Fehler gemacht. Was heißt denn, die Speedrunner cheaten? Ja, die machen bestimmt irgendwie TAS oder sowas, ne? Das ist lame. Also nicht solche. Also so real life. Mit Facecam und so weiter. Weil TAS-Sachen gucke ich mir nicht an. Achso. All das Wegen, ja. Wobei man sagen muss, dass er auch die Level abgekürzt hat. Weil er irgendwie jedes Level, hat er irgendwie einen Warp fast genutzt. Und er hat auch ein paar Level so Cheats verwendet, dass er quer durchs Level fliegt. Was mich irgendwie nervt, ist, dass Angad hier immer automatisch zusticht. Das macht mich, äh, drückt mich aus dem Konzept. Da habe ich jetzt so Final Fick gerichtet. Ja. Hallo. Ich weiß zwar, diese Methode ist langsamer, als wenn man rennt, aber... Nein, du blöd Mann. Nein, du brauchst die nicht. Mann, ich sehe nichts, das Scrawling nervt. Mann, ich sehe nichts, das ist alles. Das war so. Dumm! Was war das? Er ist bald dazu geworfen worden. Ich bin glücklicherer Kacke. Ich mach so viele Blöde Fliegers, ich spiel grad die Richter anfangen. Fuck it! Spiel wie jemand der das Spiel heute zum ersten Mal untestet. Du siehst ja wie ich schriege. Oh jetzt gehts los, oh Gott, oh Gott. Wie gehts jetzt los? Bei mir ist schon die ganze Zeit die Kratter am Rampfen. Eh man, mal hier ein Decay-Fast bekommt. Du Bastard! Gibt keins hier. Ja, jetzt kann ich warten bis diese Scheiß... Ah, gut. WTF, wo bin ich jetzt hier? Oh du blöde Scheißfass! Komm her! Komm her! Direkt dein Lieb dann ja. Ah, die dicke Butzbie hier! Brrr! Schneller du Affe! Wenn du auf... Also ich... Du! Ich richte mich nach dir, wenn du es sicher hast, dann mach ich auf Stopp! Okay, Start! Okay, das war's mit diesem Part. Tschüss! 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 Tschüss!